Heute ist er einer der ganz großen, heute ist er der Volks-Rock'n'Roller, hier ist Andreas Camonier. Liegt der Fleck auf Erden in mein'n Herzen drin, da bin ich daheim und da kehre ich hin. I'm a man from the mountain high, that's where I belong, and I'm playing you my song. I am strong, yes I'm the one, singing from my soul, I'm the man of folks, rock'n'roll, yes I'm the man of folks, rock'n'roll. Wo a'uhr gewollt auf die Erden knollt, wird's im Sommer warm und im Winter kalt. Wo der Blutboch rauscht und die Blumen blühen, in mein Heimatland die Alpen glühen. I'm a man from the mountain high, that's where I belong, and I'm playing you my song. I am strong, yes I'm the one, singing from my soul, I'm the man of folks, rock'n'roll, yes I'm the man of folks, rock'n'roll. Servus in Wiener Neustadt! So, dann hebt's mir auf den Popo! Er macht ein Selfie mit mir! Er macht ein Selfie mit mir! Er macht ein Selfie, das ist ja wie beim Oscar, brauchst du auch ein Selfie! Er macht ein Kinder Selfie mit mir auch noch, oder? Na, dann schmeiß auf in die Hände in die Luft. I bin a kerniger Bergbauern-Buhr, von die Madeln, ihre Warnung krieg ich nicht nur. Geh mir früh, wird ein Heben, bis er einschlafen kann. Ich bin a zwölf, wenn der Hirsch sind, er liebt für dich. Sag's um sweet little rain, so lieb hab ich dich. Ja, toll, nur ein toll, bin ich der Horn. I'm a man from the mountain high, that's where I belong. And I'm playing you my song. I am strong, yes I'm the one, singing from my soul. I'm the man of folk's rock'n'roll. Yes, I'm the man of folk's rock'n'roll. Servus, junger Volks-Rock'n'Roller. Ein zurecht nicht enden wollender Applaus für Andreas Gavagliot. Und ich glaube, ihr habt ihn schon überredet, oder Andreas? Du bleibst da. Natürlich bleib ich da. Ich komme noch einmal. Ich verrate doch nichts, ich sag nur so viel, meine Damen und Herren, hier in der Halle. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Andreas behehrt uns nicht nur mit dem Besuch und hat uns nicht vergessen. Er hat hier seine Karriere begonnen im Musikantenstadl. Er macht uns heute den Gefallen und spielt einen Titel, der, so wie eigentlich alle Titel von ihm, unter die Haut gehen. Ganz alleine, am Klavier, live. Mehr würde ich jetzt noch nicht sagen. Andreas, bis später. Andreas Gavagliot! Herrlich, wenn man so einen Künstler im Programm hat. Gleich am Anfang. Wir sind heute in Wiener-Neustadt. Das ist in Niederösterreich. Das ist in Niederösterreich.